Mein Name ist Eva Bahnen, ich bin 43 Jahre alt und PTA in der Postapotheke Neckarhausen. Ich bin dieses Jahr PTA des Jahres geworden, habe mich auch sehr darüber gefreut und wollte jetzt ein bisschen was über Desinfektionsmittel erzählen und darüber, wie wichtig die immer noch sind und auch weiterhin bleiben. Desinfektionsmittel, also Hand- und Flächendesinfektion sind in der Apotheke ein Dauerthema. Das war schon vor Corona so und hat sich auch inzwischen natürlich nicht geändert. Im Gegenteil, es hat ein hohes Wachstumspotenzial weiterhin. In den letzten zwei Jahren haben wir uns voneinander fern gehalten, haben Masken getragen und aus diesem Grund ist unser Immunsystem doch noch einen kleinen Schritt zurückgegangen, ist ein bisschen träge geworden und das merken wir jetzt. Das ist der sogenannte Nachholeffekt. Also im Moment ist es auch in der Apotheke wirklich so, es kommen wieder vermehrt Menschen mit Erkältungen, wo man einfach eine Desinfektion mit empfehlen sollte, damit auch die Angehörigen weiterhin geschützt bleiben. Beim Category Management von Hartmann befinden sich alle Produkte, die zu einer Gruppe gehören, auf einem Fleck und zwar in der ganz normalen Freiwahl. Das heißt, der Kunde kann sich selbst darüber informieren, was er eigentlich gerne hätte. Das hat den Vorteil, früher waren die ganzen Desinfektionsmittel meistens in den Schubladen versteckt und man musste sie erst noch zeit- und beratungsaufwendig dem Kunden anpreisen. Später standen sie dann doch mehr in der Sichtwahl, mussten aber ebenfalls wieder beraten werden. Jetzt hat man alles auf einem Platz. Der Kunde kommt rein, bleibt stehen und kann sich gleich darüber informieren, was er braucht. Beispielsweise ein Handdesinfektionsgel für die Handtasche oder eben auch andere Produkte, die er vielleicht für die Pflege braucht von Angehörigen oder auch für den Akutfall haben wir dann hier das Sterilium Virugat, was dann im Falle eines Norovirus oder Magen-Darm-Erkrankungen auch genutzt werden kann. Das erspart uns allen in der Apotheke sehr viel Zeit, sehr viel Beratungszeit und ist einfach für den Kunden eine schnelle Möglichkeit, sich einzudecken mit den Dingen, die er benötigt. Wenn die Kunden bei uns in die Apotheke kommen, dann erinnern sie sich schon allein durch den Desinfektionsständer, der bei uns am Eingang steht daran, dass da vielleicht noch was eingekauft werden muss. Wenn sie dann reinkommen und sehen, dass wir ein ganzes Regal dafür geopfert haben, die Desinfektionsmittel alle zusammen zu platzieren, ist ihnen auch klar, wohin unsere Empfehlung auch im Team geht und zwar dann einfach ganz klar zum Sterilium als Produkt, was einfach auch so vielfältig ist, dass es für alle Notfälle das Richtige dafür zu finden gibt für den Kunden. Hinter unserem HV ist es so, dass wir ja die Plexiglasscheibe vor uns haben. Wir kommen seltener nach vorne. Der Kunde kann sich also hier einfacher allein orientieren und benötigt dann nicht mehr direkt unsere Anweisungen. Der richtige Platz für dieses Regal ist in der Apotheke in dem Bereich, wo es irgendwie reinpasst. Das heißt, wenn man eine Inkontinenzberatungsecke hat, dann wäre dort zum Beispiel der richtige Platz oder eben auch in dem Bereich, wo man freiverkaufliche Erkältungsprodukte anbietet, einfach weil dann die Nähe auch zu den Desinfektionsprodukten da ist. Das Tolle am Category Management von Hartmann ist, dass alles zusammen geliefert wird und an einem bestimmten Tag, den man vorher ausmacht, aufgebaut wird von einem Account Manager, der von Hartmann vorbeikommt und das ganze Regal gemeinsam mit dem Apothekenteam einräumt und bestückt. In diesem ganzen Paket finden sich nicht nur die Schnelldreher, sondern eben auch Flächendesinfektionsmittel. Es ist auch für die spezielle Empfehlung was dabei. Es sind Werbematerialien dabei, Gehwegaufsteller natürlich, Einleger für die Kundenzeitschriften und Werbematerialien anderer Art, so dass es einfach eine runde Sache gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017